Lass hängen, Türen! Ich mache mich auch mit dem Projekt 7 von 1.2. Und jetzt hatte ich so eine Idee, wir nehmen so Styroporkugeln und zeichnen auf die verschiedenen Gefühle, respektive, also Freude, Wut, Traur. Ich schaue dann diese mit verschiedenen Werkzeugen deformieren und kaputt machen. Und wir haben jetzt das Wunder, dass du von dieser Idee hast. Dann können wir weiter schauen, ob das so etwas wäre. Was? Drei Drei ... ... ... ... ... Ich weiß nicht, was ich zu sehen. Leben nicht. Ich weiß nicht, ich werde nicht mehr schlafen. Hier ist die Strecke! Man, du bist wirklich neu! Vielen Dank.